Operation Mortar war im Rush ja ein ziemlicher Mist und jetzt probieren wir es mal im Cockfest. Und da kriege ich gerade auch schon von allen Seiten und von vorne und von hinten und jetzt rammt er mich noch. Ne doch nicht. Dann nehme ich halt so lange den da. Der Klaus ist auch dabei und da gebe ich mein Vorfeld. Flugzeug auf! Was? Ich war doch schon längst draußen. Pazuzu ist leider auch dabei. Ja, also wie gesagt, im Rush war die Karte eher Mist. Ich bin jetzt aber guter Hoffnung, dass das im Conquest besser läuft. Denn an sich ist die Map ganz geil. Da kommt der Pazuzu, die blöde Sau. Man kann das leider auch ganz gut. Du fährst, ne? Genau. Ja, cool. Wir haben auch einen Commander. Sehr schick. Da ist hinter uns laufen welche. Setz mal zurück zur F, bitte. Ja, bin dabei. Oh, oh, oh. Boot. Äh, ich wollte gerade sagen. Flugzeug kommt. Dieses Sau. Boah, hat er gleich drei gekillt. Ja, ganz im Boot. Ja, aktiver schutzt zwar an, aber... Geht alles durch. Das heißt ja nichts in diesem Spiel. So, ich geh mal Charlie raus. Das Getschut kann man echt vergessen. Ja. Warte noch kurz auf dich. Achso, ist unser Squad... ...und das ist doch gerade privat. Privat, das wollte ich gerade sagen. Da kann er rein. Äh, boah, wo ist es? Weil wir haben doch drei Plätze zur Verfügung. So, jetzt dann. Da unten bei Charlie Boot. Ich bin jetzt nur abgesessen, ne? Geil, einfach mal nix getrunken. Genau. Oh, hier muss doch einer. Da ist er. Oh, ich treffe auch wieder nix. Aber das habe ich in der letzten Stunde gemerkt. Äh, letzten Runde, meine ich. Ich habe echt ein bisschen Probleme, Sachen zu treffen, seit ich Battlefield 3 gespielt habe. Wo man nämlich noch Sachen treffen kann. Hinter dir. In dem Haus ist auch noch einer. Ja, der kriegt. Das sage ich mal Bescheid. Helikopter. Angriffst Heli, direkt über unserer Position. Der kommt mir sehr geregen. Au. Schade. Da fährt mich der andere Platz. Das ist ja dieses, ähm, Hardcore ja an, ne? Nee, nee. Hier nicht mehr, habe ich ausgestellt. Denn auf Dauer kam das doch nicht so gut an. Gucken, ob ich das Ding tonen kann. Konnte mich gerade jemand platt fahren. Obwohl er noch drin ist, aber es ist nicht wie vorher rausgesprochen. Au, au, au. Schweinehund. Derjenige weiß es. Ich merke gerade, mein Game Sound ist ein bisschen laut. Ah, der blöde Heli. Der lässt mich hier nicht in Ruhe. Aber cool, mittlerweile sind noch wieder Leute im Squad. Da kommen sie aus Richtung Echo. Ja, ich nehme gerade nur noch Delta ein. Ich kriege diesen Heli da nicht weg. Und den Pazuzu kriege ich sowieso nicht weg. Ich versuche mal rüber zu laufen. Wir bräuchten mal ne Luftwaffe. Ja. Wo ist der Memphis, wenn man ihn braucht? So, ich versuche mal so einen Haken an den LAVs vorbeizuschlagen. Als die von hinten was kriegen. Aber gut, ich bin noch nicht in Auge dran. Hey, hey, uns schützt ein Panzer. Ja, hey, hey, kriegt. Was? Was ist denn jetzt? Ja, aber kann ich sagen. Irgendwie geht hier gar nichts. So, jetzt. Was ist's? Nee. Was ist der Helle? Geil, leckt total in der Gegend rum. Hab ich jetzt irgendwas getroffen? Nee. Die Flagg steht da immer noch. Jetzt hab ich keine Moon mehr. Nein. Wir wollten noch da hin. So, ich hab keine Moon mehr. Oh, ich weiß noch nicht mehr mehr, wo das steht. Wie der jetzt gerade unbemannt ist. Kurz in Games haben, diesen leiser Mann. Oh, da kommen, aus Richtung Charlie kommen welche zu uns gelaufen. Und da sollten wir jetzt auch wieder hin. Da ist ein Fußgänger. Hat sich hingelegt. Ist ja auch erst gestorben. So. Oh, Boot. Oh, das Boot sieht mich bestimmt gleich. Ist gleich in der Hütte bei... Sauber. Wenn ich jetzt noch Moon hätte... Oh, 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 Boot. Ja. Geh mir mal hin. Ich kann... Ich weiß noch nicht mehr mehr, wo man Munition anfordert. Das ist ja absurd. Ist da oben einer in dem Haus drin? So, gut. Ähm. Muss ja eigentlich... Oh, wo? Wo war hier Munition? Egal. Kampf-Heli wieder? Ne, normaler Heli. Ach, da liegt sie. Oh, und jetzt hab ich halt... Ist das Ding halt leer? Mensch, da fliegt der so schön um uns rum. Oh, was blüht ich denn jetzt hier noch? Ja, da liegt es aber auch drauf an. Ja, das bringt doch nichts. Der bewegt sich zu schnell. Ist einer abgesprungen? Ganz viel abgesprungen. Wow. Ja, jetzt bräuchte ich wieder Munition. Das bringt ja nichts. Wir haben keine Luftwache. Das ist... Ne. Das ist hier alles viel zu oft. Da kommt wieder der Kampfhubschrauber. Aber mit dem Erdkampfjet ist die... Wo ist die? Die sind über uns auf dem Dach. Hm. So. Dem war hier noch irgendwo Mun. Und jetzt haben wir natürlich auch gesehen, dass ich hier rumrenne. Und deshalb bleibt der Heli wahrscheinlich auch eine Weile hier. So, gut. Ich hätte gesagt, normalerweise sollte man Bravo erobern. Was jetzt aber gar nicht so trivial ist. Denn da kommt man ohne Luftunterstützung nicht so gut drauf. Ich komme halt hier aus diesem Puff, aus dieser scheiß Hütte nicht raus. Was? Da sind... Leute oben in der Hütte. Ja, da müssen wir jetzt mal reingehen. Ah, siehste. Was ist lame? Was? Wir haben ja wirklich nur eine Flagge. Das bringt ja gar nichts. Wir haben halt keine Luftwaffe. So. Ach, und jetzt haben die auch noch... Ach, die haben auch noch das da. Ja, das wird so nichts. Ohne Luftwaffe kann man es hier völlig vergessen. Ne. Ne. Ich versuche mal, spaßeshalber mit dem Heli bei Bravo irgendwie unterzukommen. Aber da ist halt auch wieder der Kampfhelie und die AC. Das bringt alles nichts. Ja, der Mr. Beatles hat meine Gedanken gelesen. Aber es bringt halt nichts. Das kann ich jetzt eigentlich nur noch... Ja, Kampfhubschrauber links. Ja, Kamerad vergessen. Aus. Und direkt verstecken. Hier kann man sich nämlich so in diesem Torbogen noch so ein bisschen... Ja. ...verstecken. Oh ja. Ohne Luftwaffe wird es nichts. Das bringt's auch, nichts. Gut, die schauen nach unten. Jetzt haben sie noch Gunship. Ach, ach du Gott. So, sehr gut. Das ist doch schon mal was. So, und wenn wir jetzt... Jetzt bin ich natürlich gerade mit Panzerfaust gespawnt. Ähm, aber jetzt so ein bisschen mit Stinger. Ich glaube, das nächste Mal bringe ich Stinger mit. Und jetzt sollten wir uns bemühen, das hier oben zu halten. Vielleicht kriegt der hier mit der dicken Kanone. Oh, na gut. Wir sind zu dick. So, jetzt kommt nämlich der Yui. Kommt zu uns hoch. Zu Bravo. Ja. Oh, der hat sich aber glaube ich gerade umgebracht. Okay. Wo ist er? Das muss doch hier irgendwo sein. Da ist dann der hier rein. Wow. Oh, hier kommt noch einer. Komm, stell ihn wieder hin. Ah, auch gut. Ja, ja. Oh, oh. Shit, den hätten wir wiederbeleben können, aber das wird jetzt nichts mehr. Ja, von oben nach unten ist es, wie gesagt, immer leichter zu kämpfen. Deshalb ist es... Wow, wow. Auch leichter Bravo zu halten, aber... Weil dazu natürlich immer noch von oben was abkriegt, nämlich von einem Heli... ...ist es nicht leicht. Was ist das denn immer? Das wird ein LAV sein, was da auf mich schießt. Nur mal irgendwie blöd irgendwo hinmarkiert. Fährt ein Schiff außenrum zu Bravo. Und hier kommt direkt noch einer. Sauber. So, dann lassen wir runterlaufen. Ja. Zu Delta. Delta. Was ist denn da? Das ist der Kampfhelie. Also nächster Spawn auf jeden Fall mit Dinger. Irgendwer. Vielleicht auch alle, weil ich merke auch immer gerade so von Landfahrzeugen. Landfahrzeugen haben wir hier gar kein Problem. Aber wir haben nichts in der Luft. Nichts tatsächlich, ja. Jetzt kommt der Kampfhelie. Deswegen kann man sich ja nicht großartig in einem Fahrzeug setzen. Das bringt nichts. Oh, oh, oh. Und vom Hügel hoch kommt auch noch einer. Genau. Muss ich jetzt... Sauber. Vielleicht hat der ja eine Stinger. Ne, wahrscheinlich nicht. Na, aber wenigstens mehr Munition. Okay, ähm... Fuck, fuck, fuck. Oh, der fliegt aber gut. Ich glaube, Pazuzu ist immer noch... Wo kommt denn... Wo ist denn dieser Panzer? Ich werde den immer schießen. Panzer kriegt er. Er ist gespottet. Jetzt ist er unbemannt. Sehr gut. So, Delta blinkt. Das ist der blöde Heli. Äh... Ah, unbefriedigend. So, hier fährt irgendwas. Ach, das ist unserer. Sehr gut. Delta ist gehalten. Ich würde mich... Ne. Lass mal wieder zur Bravo hoch. Alles klar. Denn sonst räumen die halt hinter uns einfach alles wieder weg. Das bringt ja auch nichts. Jetzt wissen wir, dass ein paar da oben sind. Ja. Und da kann man die vielleicht noch, äh... Weghauen. Ein paar Tickets fangen. Ah, das ist aber auch ein interessantes Setup. Äh, was ich hier hab. Die AK. Plus Schalldämpfer. Plus ACOG. Vierer. Jetzt kommen sie mir hier gleich entgegen. Ah, bergauf ist immer scheiße. A10 kommt. Ja. So. Kann man da irgendwie hinten rum? Ja, das war klar. Genau in D im Moment. Oh, da hau ich ab. Kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich vielleicht am Stand. Bravo ist, äh, Alpha ist das einer von uns? Nee. Dann bleibt ihr mal oben bei Bravo. Ich gehe derweil zu Alpha ganz frech. Und warte auf den... Hab ich ihn jetzt auch erwischt. Der Heli. So, der kommt jetzt hier bestimmt gleich über die Brücke gerannt. Auf Boot. Vorne direkt nach Flaggburg. Kein Mensch. Bei den Großbooten. Ah so, damit haben die Alpha geholt, ja. Aber der schießt gerade noch auf den anderen. Hoffe ich zumindest. Ja, steht ein... Ah, weh, äh... Hat jetzt, äh, Dings an. Mobility Hit hat er. Ja. Zweimal getroffen. Coolerweise kann ich hier die Flagge runternehmen. Bin dabei. So, nochmal Mobility Hit. Jetzt ist er hin. Was? Ach der. Ja, leider keine Moon mehr. Halme war schon bei mir. Kaputt oder zerstört, ne? Und... Rakete wird dennoch davon aufgleichen. Ja, ist er man aber. Ein Abspringer. Ja, ja. Gut. Dann, äh... Bravo gehört immer noch uns. Angriffsheli. Oh, hier ist einer abgesprungen. Springt zu Bravo hoch. Äh. Springt hoch. So komisch es auch klingen mag. Oh, und da ist bei ihm gleich noch einer gespawnt. Also am... Bei Alpha unten ist wieder Angriffsboot. Ich schieße da gerade auf einen, der unterhalb von Bravo sitzt. Und der hat auch... Ja, ja gut. Da ist er down. Ha, da fliegt er. Äh... Okay. Alpha wieder. Was? Ja, ich habe leider keine Munition. Aber ich könnte hier mal... Supply Drop anfordern. Oh. Links von uns. Oh, gleich zwei. Kommt einer mich aufstellen? Ne. Ähm. Hä? Das war Teamkill. Wie geht denn das? Ach, komm. Ach, Mann. Ich mache mal... ...nes Dinger. So lächerlich. Ach, das Spiel ist... Ja, der Flieger ist schon weg. So, bin ich gerade auf der falschen Seite vom Hügel. So. Wo ist die Sau? Top, top, top. Ah, hier liegt doch auch noch der... ...Super-Raketenwerfer. Genau, und damit... ...schieße ich jetzt... ...den Heli ab. Wenn ich... ...den Weg nach oben finde. Nix da, nix da! Dein Arsch gehört mir! Jawohl! Oder irgendjemand anders. Ach, nee! Was, wo bist du? Er wird angezeigt, dass er 0% hat. Wie geht denn das? Ah, da kommt noch ein, äh... ...Kampf-Heli. Äh, ein, äh... ...Transport-Heli. Nein! Da! Hm, dusch! So, abgeschossen. Und jetzt ist das Ding aber auch hin. Ah. Wie? Echo, Echo ist doch... Warum ist den Alpha auch schon wieder weg? Das ist auch gar nicht mehr... ...das kommt er zurück. Aber der Jäger ist ja eigentlich nicht unser Problem. Ja, 10 ist unser Problem. Das auch, ja. Wo die gerade ist, weiß ich nicht. Da höre ich sie doch. Wo ist er? Hä? Hä? Wo ist er? Na, egal. Gut, da haben wir ja ordentlich auf den Arsch bekommen. Ja, wo sind die jetzt? Die ganze Zeit werde ich von Flugzeugen gekillt. Und jetzt habe ich ein Stinger dabei. Und jetzt passiert wieder nix. Wo Charlie geht runter. Nee, jetzt haben wir. Ey, das ist... Was ist denn los? Geh da runter. Naja, das muss ich jetzt schon auch bleiben. Was ein Scheißspiel. Ja, aber es ist schon ein bisschen erschreckend, wenn man... Es geht nichts an Gadgets. Es geht wirklich nichts an einem Fahrzeug. Aktiver Schutz, das ist ein Beispiel. So, und der fliegt jetzt die ganze Zeit da im Kreis außenrum, weil er weiß, dass er in der Mitte Gefahr läuft, abgeschossen zu werden. Ah, ich probier's jetzt einfach mal. Hä? Trotzdem getroffen? Na gut. Funktioniert tatsächlich nix. Ja, komm, den kriegst du direkt auch noch mit. Ja, wie... Wie viel Stinger muss ich denn den treffen? Ich glaube, es geht los. Es ist aber einer ausgestiegen. Oder fliegt der noch? Fährt der noch mit dem Ding? Ach, das ist doch ein Scheiß. So, und dann laufen wir wieder hoch. Der Jens hat mich doch gerade angeschrieben. Der Zoom ist? Ob wir nicht noch Platz haben, ja. Ähm, na, jetzt geht's halt gerade nicht. Jetzt müssen wir das noch... Wer kommt nämlich so gerade nicht auf den Server? Na, das wird aber auch nicht mehr gehen. Ja. Oh, kann uns ja einer entgegenkommen. Weil Warteschlange auch voll ist. Und dann... Na, wo seid ihr? Immer nur Assists, weißt du? So, jetzt holen wir uns aber wieder bravo zurück. Gucken wir hier oben durch. Hup. 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 Jetzt kommt doch einer herlaufen. Ist er? Hä? Geht leider nicht. Ja, komm! Äh, aber immerhin das Ding noch getroffen. Immerhin, immerhin. Ja. Hat mich nicht glücklich gemacht. Diese Runde. Nichts desto trotz... Gespielt, ist gespielt. Dann zeige ich's ja auch. Aber... Schön war das nicht. Da rennen sie alle los. Ach, da ist er ja schon. Was? Was? Ah. Ja. Schade. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Kills der Pazuzu gemacht hat. Denn das war wirklich so... Ja, war nicht aufzuhalten. Oder gefühlt, die gegnerische Luftwaffe nicht aufzuhalten. Hä? Ja, das hat sich auch kaum einer mal bei uns in die Flieger gesetzt. Nö. 5, 5, wow. Bei zwei Leuten hab ich gesehen, dass sie einfach nur sich in den Flieger gesetzt haben und sich beim ersten Flackenpunkt sofort ausgestiegen sind. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist immer... Schiff... Ein Scheißes. So, ähm... 24-2 hat er gemacht. Da war sowieso Lob. Nächste Runde spielst du bei mir mit. Tschüss. Outro 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 Outro